Meister Shifu, gute Zeit, schlechte Zeit? Zeit ist eine Illusion. Es gibt allein das Jetzt. Dann ist jetzt also ein gutes Jetzt? Du musst den nächsten Schritt auf deiner Reise machen. Vom Krieger zum Lehrer. Aber das kann ich nicht. Oh nein! Es ist der Drachenlehrer! Er sieht so gut aus! Hoppa! Oh? Oh, hey Dad, was gibt's? Fällig hoffnungslos. Wer bist du? Ich bin auf der Suche nach meinem Sohn. Dad? Umarme deinen alten Herrn! Woher wissen wir, dass er wirklich mit dir verbannt ist? Sieh dir das an! Komm mit mir. Oben in den Bergen gibt es ein geheimes Panda-Dorf. Wow! Willkommen zu Hause, Sohn. Du siehst genauso aus wie ich, nur als Baby. Du bist genau wie ich, nur alt. Oh, er ist entzückend. Mir geht's gut. Kai ist zurück! Wer? Meister des Schmerzes. Peske der Rache. Witzelmacher. Ach ja? Na schön, ich hab früher mit Ugwe gearbeitet. Oh, weißt du Ugwe? Schweik! Kai hat das Tal angegriffen. Es ist zerstört. Jetzt macht er Jagd auf die Pandas. Du musst sie lehren zu kämpfen. Ich bin bereit. Ich werde Kung-Fu-Meister aus euch machen. Hey! Niemand hat gesagt, es würde leicht werden. Macht euch bereit für den Tanz mit der Gefahr. Feinde der Gerechtigkeit. Macht euch bereit für einen Krieg. Wollt ihr mich verarschen? Du musst der Drachenkrieger sein. Oh, verschon mich mit deinem Gequassel. Ich nehm dir deine... Oh, Gequassel! In den... Bla, 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 bla. In die... In Quassel! Wir müssen ihm helfen. Aber Meister Shifu sagt... Hast du wirklich Angst? Sogar Meister Chicken ist dabei. Das feige Huhn. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Wollt ihr euch nicht? Untertitelung des ZDF, 2020